Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro 2 Riptos Rage bzw. Gateway to Glimmer. Äh, ja, wir haben hier das letzte Mal in C4 aufgehört bzw. haben eigentlich nur das Level betreten und fangen jetzt quasi mit C4 an und, äh, ja, wir tun hier einmal mit dem Herrscher, äh, quatschen. Okay, Spyro, wir haben ein klitzekleines Problem. Die Windbauer haben uns hier festgenagelt und wir suchen einen Freiwilligen, um ihr Munitionslager in die Luft zu jagen. Da kommst du ins Spiel. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg, ne? Das hat sich gerade schon ein bisschen komisch angefühlt und ich war mir überlegen, warum. Warum? Das lag daran, dass ich mit dem Analogstick gespielt habe. Hey. Achso, der hat den hier von hinten abgeschossen. Das ist aber sehr merkwürdig, was die hier tun. Das ist irgendwie anders als im Original, weil die sind sehr nah an einen rangeflogen und dann wieder zurückgeflogen. Eigentlich. Ich mag das hier, dass die das hier so weggebombt haben, die dicken, fetten Bäume und das hier noch... Ja, ist ja gut, ey. Und dass das nur noch an so einem Fitzelchen hängt. Frage ist, ähm... Wie sieht das aus mit, äh... Den Fähigkeitspunkten hier. Gibt's hier irgendwas? Eistrecke haben wir noch nicht, zipprende Hügel haben auch nicht. Wüstenpalast auch noch nicht. Hier gibt es nichts. Das ist gut. Meine Nase ist gerade am jubeln. Ist hier was? Nee. Nur ein Räubchen, da nehmen wir aber mit, weil was wir so brauchen. Ich kriege die verflixte Kanone nicht zum Feuern. Kannst du den Vogel nach vorne erwischen? Spring rauf und versuch's mal. Ja, gleich. Nicht jetzt sofort. Ich will erstmal hier den Bereich bereinigen. Oh, da vorne seh ich gerade. Wääh. Da haben wir hier einen Fünfer vergessen. Ich kriege direkt einen aufs Maul. Aber hier ist nix. Gut. Die sind irgendwie komisch, die Viecher. So. Wir machen erstmal hier. Oh. Das war ein bisschen hoch. Das war ganz gut. Treffe ich einen so damit? Nee, vielleicht bin ich ein bisschen zu kurz. Hab ich beide getroffen? Ja. Gut. Jetzt können wir hier schon mal alles einsammeln. So, dann dürfen wir jetzt da hinten einmal das Türchen kaputt machen. Wunderschön. Und jetzt dürfen wir noch hier kaputt machen und das Türchen hier kaputt machen. Kriegen wir den auch noch kaputt? Nein. Puh. Hier lag auch noch was. Genau. Oh, mehr lag hier. Da liegt natürlich noch ein Zehner hier unten, ne? Der hätte man jetzt auch, glaube ich, ganz gut vergessen können. So. Hier haben wir alles. Dann können wir jetzt weitergehen in den nächsten Bereich. Nehmen wir hier noch ein bisschen mit. Oh. Oh. Ich glaube, die haben vorher nur auf eine Stelle geschmissen. Jetzt drehen die sich mit. Das ist natürlich besser, finde ich. Oh, hier ist schön mit Wasser. Also, das sieht hier auch schöner aus, der Raum, als vorher. Die sehen auch so aus wie die Viecher, die hier sind. Und ein Schmetterling. Der hat aber auch so einen Zahn, ne? Kann das sein? Ja. So, was war hier? Ne, das ist der gleiche wie... Ja, schön, dass die neueste Update-Datei von Rocket League installiert ist. Dankeschön. Ja. Gleich dürfen wir die Kulex betrachten. Oh, ich freue mich. Sind wir hier schon irgendwo welche? Ne, ich glaube nicht. Können wir noch irgendwas kaputt machen? Ich glaube nicht, ne? Das war, glaube ich, alles. Ähm, würde ich sagen, gehen wir erstmal nach unten. Oh. Oh, ich mag die Augen nicht. Die sehen so komisch aus. Ja, mal gucken, was die für Geräusche machen, ne? Wir sammeln hier erstmal ein bisschen was ein. Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, wir machen das hier erst und dann... Was schimmert durch das Fenster dort. Das Fenster dort oben, du Nahe. Der Professor sucht nach einer Möglichkeit, mich wieder mit Julia zu vereinen. Doch ich habe ihn lang nicht mehr gesehen. Finde den Professor. Da fand ich die alte Synchronstimme aber auch besser, weil der so... ...so doof klang irgendwie. Wenn man das so sagen kann. So verpeilt, so. Aber das gefällt mir hier sehr gut. Das sieht schön aus hier alles. Hallo, Mr. Kulek. Das macht keine Geräusche mehr. Ist das euer Ernst? Warum habt ihr das rausgenommen? Ich mach das nur so... ...so Glocken-Geräusche, so. Uiuiuiuiuiuiui. Das war aber knapp, ne? Ja, auf jeden Fall, ihn haben wir jetzt schon mal dahinten. Hier haben wir alles eingesammelt. Wir machen erstmal das hier fertig. So, dann können wir nämlich gleich das lustige Rätsel mit dem guten Professor machen. Damit unser Romeo zu Julia kommt. Und nicht zu mir. Ich finde das schade, dass die nicht mehr... ...ähähähähäh... ...machen. Das war Glück. Du läufst nicht da runter. Die haben so einen dicken Rüssel, ne? Hier unten haben wir, glaube ich, auch alles. Dann können wir jetzt hoch zum Professor gehen. Wir sind jetzt auch nicht mehr ganz so offensichtlich wie damals. Spiro, mein Junge, ich habe hier irgendwo eine Zauberbohne, äh, einen Samen für dich. Ah, da ist er ja. Pflanz ihn doch mal ein und sieh, was daraus wird. Wird. Drei von fünf. Okay. Können wir eigentlich direkt da hinten hinspucken, oder? Weil... Ne, Moment! Moment! Wir müssen uns erstmal den anderen holen, der hier unten war. Da war ja was. Hehehe. Was ist das denn? Ein riesen Matschaufen. Aus Blättern. Huh. So. Dann pflanzen wir den jetzt hier. So ungefähr. Oh. Das war eine blöde Animation. Robben. 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 So. Ich muss schon sagen, kommen wir jetzt da rüber? Ne. Ich fand die alten Dinger irgendwie auch schöner, muss ich sagen. Weil da waren dann nochmal so Stufen drauf oder so. Ach komm, das ist jetzt nicht dein Ernst. Erstmal eine gezischt davon bekommen. Und dann weggedrückt werden. Also jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie das Ding aussieht. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Aber es sieht halt, ich fand diese alten, komischen, merkwürdigen, geformten Teile irgendwie besser. Ach nee, das ist jetzt blöd. Nimm ihn! Nimm ihn! Was ist das überhaupt? Ich weiß es nicht. So, jetzt schießen wir mal so. Oh, das war ja perfekt. Gut, dann können wir jetzt da rüber gleiten. Und da steht der Professor wieder. Gut gemacht, mein Junge. Hier sind noch zwei Samen für den Rest des Weges. Oh, und nimm das hier, wenn das okay ist. Das beugt nur meine Taschen aus. Dankeschön! So. Der musste, glaube ich, da hoch, der eine. Gehen die Edelsteine rum? Nee. Dann fliegen wir halt. So. Eieiei. Oh, knapp. So, dann hätten wir wieder unseren Wobbel. Und da können wir jetzt nur noch so rüber gleiten, da noch einmal immer Wobbel pflanzen und dann hätten wir das hier auch schon geschafft. Gut. Na? Oh, Romeo! Romeo! Wo bist du denn, oh Romeo? Oh, da ist Romeo! Hier, nimm das! Ich brauche es nicht mehr! Schade, dass es eine weibliche Stimme ist. Ich hätte lieben gerne eine männliche Stimme gehört. Lass meine Kulex da in Ruhe! Okay. Ich glaube, wir haben hier alles. Was heißt... Moment. Ah, das war nur Licht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder, bzw. können wir mal mit den beiden hier quatschen. Das ist genauso groß wie du. Ein bisschen kleiner. Du hast mich wieder mit Julia vereint. Nun können wir unsere Flitterwochen in der Götzenquelle verbringen. Ja. So, Mr. Kulek. Sie sind da ein bisschen fehl am Platz. Hm. Ich auch anscheinend. Hört doch mal auf da vorne. Ich wollte schon sagen, ich dachte, ich hätte ihn jetzt da weggehauen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hinter mir. Beide. Toll. Los! Weg da! Oh, die schwitzen sogar ein bisschen, wenn man die mit Feuer anfaucht. So, du stehst jetzt aber... Was war das denn? Ähm. Was war das gerade? Ist das ein Weibchen? Aua. Ich bin Kleinbau Beeb und meine Kuhleks sind ausgewirkt. Bei den vielen Kämpfen hier laufen sie ständig weg. Kannst du mir helfen, sie wieder ins Gehege zu treiben? Ich finde das auch ein bisschen schale mit der Stimme. Trepp fünf Kuhleks ins Gehege. Alter, was ist das denn? Wann wird man hier andauernd beschosen? So. Los. Geh. 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 Lauter. Geh. Geh. weiter. Geht mal alle. Nein, nein, nein. Oh, du Drecksvieh, ey. Oh, der ist drin, ne? Wie sieht es aus, ob die Schokoladenaugen hätten, ey. Was war das? Ich wollte gerade sagen, hat er den jetzt umgebracht. Geh da rein, du Drecksvieh. Mann. Die gehen immer von einem weg, ne? So, hier. Und bin gleich dood. Ich brauche einen... einen Dingsbums. Hier, so ein Räubchen. Dann hätten wir nämlich schon mal die Frühlinge. Dann sind noch zwei da hinten irgendwo, glaube ich. Da war noch einer. Vielen Dank, du mit deinen wundervollen Haaren. Ich hatte überhaupt einen Stock. Da draußen sind noch zwei Kulex, aber ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Treib noch zwei Kulex ins Gehege. Ein Schuh. Warum hat der da einen Schuh dran? Guck mal hier, jetzt hört er hier auf zu klettern. Entweder haben sie das verbessert, oder es war letztes Mal nur so ein Bug. Sag mal, können die mal aufhören, mich die ganze Zeit zu beschießen? Wo ist der andere hin? Weg. Ist auch okay. Okay. So, ja. Ihr beiden. Beziehungsweise du hängst da halb in der Wand drin. Ach stimmt, die musste man da hoch feuern, ne? Mit dem Dings hier. Ah, er hört auf. Ach komm, mach die Wimmer, die Kappa. Wo stehst du denn? Da oben. Okay. Ähm, da ist das Feuerteil. So, ihr Kulex, jetzt seid ihr dran. Okay. Ah, super. Okay, den hab ich auch da hochgekriegt, das ist schön. Tun wir neu auffüllen. Du bist oben, schön. Und du bist auch oben. So, dann können wir hier... Die paar, die paar, da waren 25, aber alles klar. Können wir die holen und nach oben gehen, den einen Edelstein in der Mitte noch holen. Ach komm, Sparks, den hättest du holen können. Das ist aber jetzt sehr traurig. So, komm mit du. Ach, da bist du. Die nerven echt die Viecher, ey. Die laufen... Scheiße laufen die. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt vernünftig hinkomme. No, 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 no. Los geht. Zu euren Kollegen da hin. Wau, 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 wau. Beeindruckend. Du hast alle sieben Kulex zurückgebracht. Nimm diese Belohnung. Nimm diese Belohnung. Okay. Ich nehm diese Belohnung. Gut. Schnell weg, sonst werden wir die doch abgeschossen. Wir haben alle Kugeln schon gesammelt. Aber wir machen jetzt erstmal... ... die Vase fertig. Weil sonst müssen wir ganz vom Ende des Levels... ... ganz zum Anfang laufen. Ähm... ... da oben. Ich hab mir vorhin gar nicht gemerkt, wo die jetzt waren. So. Ja, da... ...fügen wir dann unsere Edelsteinchen. Die nehmen wir mit. So. Ja, doch. War ja ganz gut hier drin. Dann können wir jetzt... ... zum Ende laufen. Hoffen, dass wir alle Edelsteine mitgenommen haben. Bis hier hin. Oh. Das hatte ich gar nicht vor, das mitzunehmen. Aber mir gefällt ja auch ganz schön der Lichtanfall. Einfall. Anfall, genau. Ich hab auch so einen Lichtanfall. Ähm... So. Dann können wir hier weitermachen. So. Ach guck mal, neben. Die... ...vögel ballern wir gleich ab mit der Kanone. Ach guck mal, neben. ...vögel ballern wir gleich ab mit der Kanone. Ach guck mal, da oben. Das hätte ich fast... ...übersehen. Und da ist ein Regenbogen. Hörst du... ...auf. Ich hab den nicht kaputt gekriegt. Ist doch armselig. Ist das doch. Jetzt hab ich ihn kaputt. Aber Moment, wir müssen ja noch das... ...ding da kaputt machen. So. 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 ...